Leute, ich habe lange überlegt, wie ich den aktivsten Mitglieder irgendetwas wieder zurück schenken kann und jetzt habe ich es endlich rausgefunden. Ihr könnt ab morgen bei mir Kanalmitgliedschaft erwerben. Das heißt, ihr könnt Mitglied werden und was es für euch die Vorteile bringt, seht ihr in diesem Video. Seid ihr bereit? So, wie ich gerade eben erwähnt habe, habe ich mir überlegt, wie kann ich euch was zurück schenken, wie können wir das bisschen diesen Kanal hier verbessern und deswegen habe ich überlegt, ich werde für euch ab morgen, ist es denn soweit, wenn YouTube das hier freischaltet, es ist noch zur Prüfung eingereicht, könnt ihr die Kanalmitgliedschaft erwerben, das heißt, ihr werdet Mitglied und was es für Vorteile bringt, erkläre ich jetzt in diesem Video. Ihr bekommt neben euren Namen, wenn ihr Mitglied seid, Logos, als Beispiel, wenn ihr neu seid, dieses Logo, wenn ihr dann so zwei Monate seid, dieses Logo und als Beispiel, wenn ihr etwas länger da seid, dann bekommt ihr zum Beispiel bei zwölf Monaten diesen Froschprinzen, ja, und bei 24 Monaten bekommt ihr diese Krone aufgesetzt. Des Weiteren bekommt ihr Emojis, als Beispiel, Bau doch, wenn ich mal Lost baue oder so oder verliere oder hier Lost natürlich, könnt ihr rein Spam in den Live Chat, Lost oder Rip, Rip und natürlich mein eigenes Symbol hier, Spieler Bro, könnt ihr rein Spam. Ich sage euch, wann es losgeht, Leute, ab 1 Euro, 99 Cent, seid ihr ein Gamer und dann bekommt ihr die ganzen Logos neben eurem Namen, eben wie lange ihr dann bei der Kanalmitgliedschaft mit dabei seid und die Emojis. Des Weiteren könnt ihr, falls ich das umändere, wenn mich jemand nervt, auf nur Mitglieder-Chat, könnt ihr reinschreiben. Ihr könnt bei ESDS-Turnieren mitmachen, ich muss das leider so machen und ihr könnt bei Spieler Bro Sark mitmachen, des Weiteren könnt ihr bei Skin-Contest mitmachen. So, dann gehen wir rüber zu Ehren-Gamer für 2,99 Cent. Alle anderen Vorteile sind immer mit drin, Leute. Alle anderen Vorteile sind immer mit drin. Was bekommt ihr hier? Ihr werdet eine Fortnite-Autogramm-Karte, das heißt, ich werde irgendeine Booster-Karte von da hinten nehmen, meine ganze Sammlung, werdet ihr unterzeichnen und euch sie höchstpersönlich schicken. Ja, das ist für Ehren-Gamer bei 4,99 Cent. Habt ihr noch die ganzen Vorteile mit drin, wie ich das schon eben erwähnt habe, bekommt ihr auch eine Fortnite-Autogramm-Karte, aber ihr könnt auch exklusiv bei Gewinnspielen mitmachen, sei es irgendein anderes Spiel, sei es was anderes und, und, und. Plus, ihr erhaltet ein extra Emoji, was ich für euch gestalten werde. Ihr müsst mir nur sagen, welches Wort da reinkommt, ein Wort, und dann werde ich das machen, wie ich euch das gerade eben hier gezeigt habe, zum Beispiel Lost mit eurem Gesicht oder was ihr haben wollt. Das gestalte ich extra für euch und das für 4,99. So, ich weiß nicht, ob jemand das machen wird, aber habe ich auch reingeholt, Camper Bro, ab 49,99. Was bekommt ihr da? Ich werde euch extra im Livestream erwähnen, ja. Und des Weiteren gibt es noch Camper Bro VIP für 99,99. Ich weiß, mega teuer, aber da werdet ihr ein extra Gespräch mit mir im Discord erhalten, plus extra Erwähnung im Livestream. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, und ihr seht, da oben steht, Mitglied wird überprüft. In diesem Sinne, ich freue mich mega. Für die, die es nicht wissen, wie man Mitglied wird, ich erkläre euch das ganz kurz, und zwar, wenn ihr auf mein Videos geht, wird hier daneben Mitglied werden Knopf erscheinen, und dann könnt ihr das einfach machen. In diesem Sinne sage ich, ciao, ciao.